hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge harry potter und die kammer des schreckens auf der playstation jetzt gibt es das newsletter von dumbledore nachdem sie den jungen hagrid in riddles tagebuch gesehen hatten beschlossen ron und harry hagrid zu besuchen doch nach den letzten angriffen patrouillierten die lehrer überall auf dem gelände harry muss einen tarn umhang einsetzen um zu hagrid hütte zu schleichen ja wie wir uns daran erinnern beim letzten mal sind wir da gestartet hat uns ron noch erklärt dass wir die diese symbole einsammeln müssen für den tarn umhang aber wer hat es doch mal ich gehe in die bibliothek und suche nach informationen über tom riddle warum geht ihr beide nicht zu hagrid und fragt ihn was passiert ist wir sollten besser vorsichtig sein wir dürfen nach sonnenuntergang nicht mehr draußen unterwegs sein wir sollten uns trennen du benutzt den tarn umhang und ich versuche es über ein versteck spiel dafür bin ich berühmt denk dran um deinen umhang zu aktivieren musst du diese gegenstände aufsammeln sie halten nur für kurze zeit also versteckt dich bevor sie abgelaufen sind über diese druckfläche kannst du die türen öffnen du musst nur ein objekt aus der nähe darauf zaubern ich bin so gespannt irgendwie hat sich die ich bin noch komisch so weiter muss ich wahrscheinlich gehen ich hoffe es ist geräuschmäßig noch zu ertragen wir haben gefühlt 500 grad gerade und dementsprechend läuft im hintergrund der ventilator ich hoffe es hat sich nicht so an als wenn ich an der nordseeküste wäre aber ich denke das sollte in ausnahmefällen auch so funktionieren wo ist denn seine katze ich weiß gar nicht kommen wir da rüber gesprungen so dahinten geht in die ecke ich hätte uns nicht das haben wir was ist jetzt sein ach das sah gerade aus als wenn der so mit der facke wedelt ah ihr wisst was ich mein guck mal wie schön sich der die helligkeit von seiner facke mit bewegt ich glaube das war professor snape der kriegt das natürlich nicht mit wenn wir hier japan spielen die haben sich schon echt gedanken gemacht ich bin immer wieder begeistert ach guck mal da müssen wir da rum ok ich bin immer davon begeistert wie viel gedanken die sich bei diesem spiel gemacht haben weil wir kennen die aus der zeit oder auch heutzutage sobald das so ein merchandise spiel ist schwierig wirklich schwierig das hat aber ganz knapp gepasst ich glaube wir müssen jetzt hier rüber springen wer ist da niemand ganz einfach gehen wenn du möchtest immer kaffee trinken oder so so easy cool Ah, schwierig Wir nehmen uns mal das erstes mit Ich bin auch immer so ein bisschen grafisch begeistert, wenn man überlegt oder manchmal gucke ich mir Let's Plays an, wo du dann so denkst Boah, ja, das sieht aus wie ein Handyspiel Wie kriege ich jetzt Wie komme ich hier jetzt wieder weg? Und dann hast du solche Spiele hier Ja, könnte auch ein Handyspielen sein, theoretisch Aber Wo geht's jetzt lang hier? Da ist schwierig Komm, wieder zurück hier Also gehen wir jetzt wieder durchs gleiche Türchen, nee, ne? Okay Das war mehr als knapp Aber Lief Und dann guckst du dir sowas an Das ist schon okay, ne? Also von der Grafik her Wenn man das jetzt auf dem Röhrenbildschirm spielt Das ist, glaube ich, mehr als Mehr als hübsch Für die Zeit halt, ne? Das muss man halt nie Man darf das halt nie vergessen 2002 Ja, moin Sehen Sie jemanden, Filch? Nein Ich weiß, dass du da bist Okay So ein bisschen So ein bisschen Mellige Solid Vibes Hat's ja So, Filch muss ich jetzt mal kurz verkrümeln Geht's hier lang? Ah, schwierig Ah, Mist Ah, Mist Ah, ich weiß nicht, ob das zu knapp wird Ich hoffe, der kommt wieder Der kommt nicht wieder Oh, ich dachte schon Das wär's ja jetzt gewesen Wir haben nur Glück, dass die Leute gerade nicht nach oben gucken Ja, da war ich schon Aber danke Dass du mir nochmal den Weg zeigst Ja, wie schön Das mitgeht Das Licht Boah, sogar der Wald wird angestrahlt Bombe Ein Augenschmaus Wo ist der andere Pflegefall? Gehst du jetzt wieder, bitte? Ach, komm schon Getarnt Auf geht's Geh sofort zum Gemeinschaftsraum zurück Sonst muss ich dir Hauspunkte abziehen Na ja, zumindest nur ein Level zurückgeschmissen Okay, ja, ist schon lustig Aber vielleicht auch ein bisschen Böde Langwierig So weiter geht Machen wir genau diese Ich hab die Cutscene Ich hab die Cutscene Ich hab die Cutscene Ich hab die Cutscene so okay also die türen sind offen dann kann ich ganz normal durch ha ausgetrickst noch ein muss ich denn hin überhaupt ja, nice schade, schade, potter schade, schade, schade schade, schade, schade..... Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr gut Frage ist, geht er jetzt eigentlich ganz normal wieder zurück oder was macht er? Er geht jetzt doch weiter Er geht bestimmt noch öfters mal rein, bei dem Ja, er dreht sich hier schön um So, lauf zu, mein Freund Es leuchtet nicht mehr Sieht aus wie so ein Fass, die Tür Das sind die sogenannten Fass-Türen im Verboten im Wald Man kennt sie Wenn die Pflaume jetzt hier weggegangen ist Dann können wir Rechts dran vorbeigehen Ja, nice So, wir können nur hier lang und hoffen, dass er uns nicht sieht Jetzt haben wir das Thema, glaube ich Dass es bestimmt wieder runter geht, sobald ich weglaufe, oder? Ach, moin Im Leben nicht Ja, ist kein Ding Wir sind mal die Katze und die kann ich nicht überspringen Aber jetzt kommt er zurück, das ist gut Und dann mogeln wir uns da jetzt gleich dran vorbei Easy Wir werden wieder gepackt gefahren, wieder von vorne an So, easy Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Boah, pfuh Das war mal knapp Das alles nur, um zu Hagrid zu kommen, vor allen Dingen Schaffst, Harry Psst, Hagrid redet mit jemandem Ich sage Ihnen nochmal, Cornelius Wenn Sie Hagrid mitnehmen, wird uns das keinen Schritt weiter bringen Das muss Cornelius falsch sein Der Minister für Zaubererei Der Chef Steh, Ron Sehen Sie es doch mal von meinem Standpunkt Ich stehe mächtig unter Druck Man erwartet von mir, dass ich handle Wenn sich herausstellt, dass Hagrid unschuldig ist Kommt er zurück und die Sache ist erledigt Wohin nehmen Sie mich mit? Nur für kurze Zeit, Hagrid Nicht wie lange, sondern wohin? Ich schaffe eher eine Vorsichtsmaßnahme Wenn jemand anders erwischt wird, kommen Sie mit einer offiziellen Entschuldigung raus Nicht Askaban Kommen Sie, Hagrid Wenn jemand etwas herausfinden will, muss er nur den Spinnen folgen Die bringen ihn auf die Spur Das ist alles, was ich zu sagen habe Ron, schau nur all die Spinnen Ich werde ihnen folgen Alles klar Sei vorsichtig, Harry Ich erzähle Hermine alles, was wir gehört haben Okay, nice Ja, wir folgen mal den Spinnen Im Film ist es ja Ein zweier Spiel Wir sammeln die mal ein hier Schön, dieser Effekt Traumhaft Hört sich ja nicht so beruhigend hier an Okay Wenn du überlegst, das spielt sie als Kind Ist schon ein bisschen gruselig, ne? Ja, ja, nice Hoch Ich kann Büsche hochspringen, die sind doppelt so hoch Aber das war jetzt halt ein Ding, das geht nicht Auch schwierig, dass man die gesehen hat Und dann werden sie ausgekraut Ah, weiß ich nicht Was macht sie denn da? Ich nehme die wash Ich nehme das kommt da was essbares raus nein sehr schön dann werden wir gleich wohl sterben hier 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 Das war's. einmal wo geht es hier lang na ja warte wir kennen die filme da gehen wir mal hier rein das wird schon lustig werden ich sehe das vielleicht das level hier von vorne anfangen als dann werden wir uns das wahrscheinlich beim nächsten mal anschauen die folge ein bisschen lang er heißt natürlich jetzt ein bisschen schwierig wegen leben ist diese komische andere schnecke hier zu der stelle auf die ich zeige auf den wasserfall und du siehst das nicht ja noch ein bisschen langsamer möglichkeit weiß ich sammle die sachen erst mal ein nur 1 für leute die angst haben vor spinnen ist das schwierig online jungs das ist echt ein bisschen nervig du siehst die sachen und dann kommt da so ein schmutz warum ich also das finde ich ein bisschen ja ich werde mal gucken ob ich mich daran gewöhne ach guck mal sie ist weg schade ich glaube wir können uns nur die frösche snacken das ist ein bisschen aus wie bei crush bandicoat ich bin jetzt hier lang geheim ich bin ich liebe mal immer noch mal gut na komm jetzt auch kann ich jetzt ein zaubertraub trinken doch geheim ich glaube unseren cool oder das ist ja schon was besonderes jetzt würde ich sagen so ich glaube es wird gleich noch mal gespeichert werden bevor der endboss kommt das wird auch dann der moment sein wo wir die folge für heute beenden werden schon wieder das gleiche das ist auch was jetzt mal ehrlich was weiß jetzt sehr gut durchdacht gewesen ja das ist genau das was was solche spiele ausmacht was so unwahrscheinlich den spiel spaß steigert wie soll das denn funktionieren liebe leute können wir noch probieren gut dass ich vorhin meine energie aufgetankt habe genau für diese aber der hat doch aufgeladen was soll denn das verstehe ich nicht verstehe ich nicht fragen kann ich das sofort sobald das leuchtet wirken ich muss ja mindestens für zwei sekunden gedrückt halten ich weiß ganz genau was jetzt passiert ich dachte schon aber ganz ehrlich warum geben diese schnecken eigentlich fünf hauspunkte und diese riesen dinger nichts der lebensbaum hier ist ja was mich interessieren wird das ist ja ist es uns hier noch keine energie wo es also mich voll interessieren wo es lang gegangen wäre wenn wir die andere seite genommen hätten abkürzung bestimmt geil problematisch ist jetzt gleich ein bisschen mit dem speichern ich wollte eigentlich nur eine halbe stunde aufnehmen jetzt sind wir eine halbe stunde drüber problematisch ist ja auch geheimgang problematisch ist also der bewacht es sind zwei ja das klingt bt ist noch mal um oder geht er jetzt weiter er dreht um ich mache mir so vor als wenn sie nicht mehr wussten was reinpacken sollen vor dem boss es bleibt spannend so jetzt müssen wir irgendwann durch sein oder alles hätte ich gar nicht gebraucht er ist so lange und ich muss jetzt einfach umlaufen jetzt aus und so und so ich hoffe ihr habt einen schönen sonntag oder montag oder dienstag oder mittwoch ihr könnt auch einen schönen donnerstag oder freitag oder samstag haben aber sonntag ist harry potter zeit und wenn wir halt nur in der ecke rumstehen da wer dreht um vor jungs könnt ihr doch nicht ernst und vor allen dingen alles ohne speicherpunkt dann gibt mir wenigstens dann gibt mir wenigstens ein buch zum speichern oder so eine speicher option das ist doch hier gerade echt ein bisschen lächerlich jetzt kommt ein sound ah guck mal hier so es ist soweit ich bedanke mich fürs zusehen lasst mir ein abo oder lasst mir ein like da und wir sehen uns beim nächsten mal wieder wenn es heißt harry potter retro blind und ich spoiler nicht weiter das sehen wir uns beim nächsten mal ein tschau